Hmm Hmm Hankenhieb Silberblick Das Ding ist down Und nochmal Silberblick Wieder Rankenhieb Und dann Ja Mal sehen wie viel Wow down War es ein Volltreffer? Keine Ahnung Und mein F1 kriegt ein Level ab Ich fass es nicht, total unnötig, aber egal Ich auch nicht Jetzt kommt's Der dritte Bette gegen unseren Rewind Ok Dann wollen wir mal Wenn ihr unbedingt verlieren möchtet Ist das ok Irre Blöden Starter hat ja immer noch Aber wir sollten das irgendwie down kriegen Hmm Frage ist weh Ja hier machen wir jetzt Einmal Wachstum Mit der Angriff Wow Hab ich jetzt grad richtig gelesen Erhöht Oder erhöht jetzt Wachstum Angriff Und Bitter Angriff Meines Das wär ja nice Attack Bitter Attack Wow Da bräuchte die eigene Attacke da gar nicht mehr Dann hab ich das ja schon so Das ist krass Neue Ja Genau Wow Oh Es sägt sogar noch was Oh Und ein Ekeler Ok Ja rede nicht So Gleich besiegt Oh Oh Eine Bäre Da fällt mir ein Ach Wie war ich danach Weg Weg Und das Kätzchen Und das Das haben wir jetzt auch Heißkopf fertig mit dem Angriff Aber Angriff und PC Angriff Das finde ich voll nice Das ist perfekt Das ist immer 50 Meter hat Jeder wird da auf jeden Fall lange in meinem Moves Set bleiben Und der will 17 jetzt werden wir jetzt in der Entwicklung sehen Denke ich einfach mal Ja jetzt Entwicklung Oh yeah Wie nice Bin ich das denn Wie nice Bin ich das denn Hat schon wieder irgendwas angestellt Oh Gott Und da kommt Also Rivalen Und da irgend so ein kleines Mädchen was ich nicht kenne Hm Hm Bei uns ist mir das E-Telma Natürlich kommt da bei Pokémon Nein Hundin Dich will ich nicht Oh Gott Ja ich glaube ich fange meinen Pokémon doch erst noch eine Route später Das sieht man hier zu schwach Nach der Innenstadt wo das zweite Reinhalt da ist Danach gibt es noch Gibt es noch Gleason Wald Wo man von Team Gl- Team Plasma Ich will immer Team Galactic sagen Da gibt es hier noch Gleason Wald Wo Team Plasma ist Wo sich dieses Schädel da holen muss Und wenn man da unten geht dann ist da noch eine kleine Rote Und da gibt es auch Pokémon Da gibt es Pokémon bis der Bevölkerung sehen Und da werde ich wahrscheinlich mein Teammitglied dann noch fangen Bevor ich den zweiten Arena-Leiter noch mache Oder bis er seit der Arena-Leiterin Da muss ich nicht so viel trainieren Muss ich mir jetzt viel Training sparen Ich will es mir leicht machen Und ja Einmal heilen umsonst Und dann geht es weiter So Jetzt muss ich den Plasma fertig machen Diese bösen Jungs Äh Ach egal Jetzt muss ich den zweiten Arena-Leiter haben Natürlich kommen dabei wilde Pokémon Und den Vogel Ach Da wird noch irgendwas fürchtend Was soll ich denn damit Ich will jetzt hier weg Tschüss Ich will mal hier weiter von meinem neuen Freundchen sehen Ich will mal hier weiter von meinem neuen Freundchen sehen Angriff 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 28 27 Oh aber der Angriff ist das schlechteste Wie dumm Da kommt Verteidigung Verteidigung In C.A.T. In C.A.T. In C.A.T. Ah Ach Gott Ich habe es jetzt gesehen Krass hat es gewackelt Da kommt immer ganz bestimmtes Pokémon Ja Es hätte ich ein Team nehmen können Ach scheiße Das wäre krass gewesen Ach Gott Ich hoffe es wackelt immer noch nach diesem Kampf Das wäre krass Wenn ich das in ein Team nehme Einfach mal Weil ich das auch immer ausprobieren will Ich werde jetzt sehen was ich meine Wenn ich es Richtig da Wenn ich es Wenn es klappt Ja so sollte ich das sagen Erst Rankenhieb Bis Die nächste Attacke die hier weggeht Das rüberblick Brauche ich dann eher nicht mehr Oh Gott Ist das Besonders wenig Erfahrungspunkte Oh Gott Oh Gott Oh Gott Und ich habe ich geahnt Dass der ist der Vogel gekommen Das habe ich irgendwie gerochen Oder wahrscheinlich noch gewusst Ja klar Es geht dann eben Das Ding macht toll Oder gut Noch ein Grund mehr Den Angriff von jetzt einzusetzen Weil das ja eben Sehr der Angriff ist Hier Bang Ja Ja Okay Hier Es gibt auch noch Silberblick Oh nö Komm Hier Hm Wartet kurz Mann Scheiße Nein Okay So Noch eins Das ist Das ist nicht der Hund Was jetzt noch kommt Ja ich habe mir die Namen schon ein bisschen eingebringt Das bringt was Das auf Englisch ist Man kann sich die Namen einprägen Auch wenn man die kaum aussprechen kann Einbringen kann man sich trotzdem Ja Aha Oh Gott Das wird hier echt nervig Ja Das ist schon ein chronisches Gefühl Die ganze Zeit immer unterbrochen zu spielen Aber ich will es jetzt mal noch ein bisschen länger machen Ein bisschen will ich schon noch Ich will was erreichen Ja So Aha Wir bekommen eine Bäre Geschenke Das erinnert mich wieder an was Was ich immer mal wieder tun sollte Und das ist Meinem Pokémon eine Bäre zu geben Einfach mal so dass ich ein bisschen mehr gesichert bin Dass ich nicht so schnell draufgehe Und wir haben einen Schutz gefunden Aha Ja Hm Und rein da Du guckst gleich wieder Embedded mit Team Plasma Aber wir speichern mal wieder Ihr wisst das muss sein Und ja Wie gesagt Wenn ich meinen Pokémon Spitznamen geben soll Und was für welche Dann schreibt es mir in den Kommentar Dann müsst ihr noch wissen Wo der Namensbewerter ist Ich hoffe Das wisst ihr Und ja jetzt gibt es hier weiter So Und jetzt Jetzt kommt ihr eigentlich erstmal Battle nochmal gegen Team Plasma Ripple Und die geile Battle Musik Oh yeah man Das geht voll ab Das rockt Na ja Haben die auch mal was anderes Frag ich mich Na ja egal Oh Gott Nee Nervt doch nicht mit so nem Scheiß Das ist doch krank Hier bitte Für dich du scheiß Dreckvieh Ach komm Wieso überlebst du Tu mir das nicht an Ja du kannst Geduld machen Da stoppst du trotzdem Pass mal auf Pass auf Bang Weg Ja so dumm bist du also Aha Du siegt Boah nein Boah einfach Keine Herausforderung Jetzt kommen nur zwei neue Rüpel Und jetzt Jetzt kommt's Was kommt jetzt Die meisten sollten es wissen Ja komm Ein Doppelbattle Das ist noch Rivalen an der Seite Oh Yeah Die haben beide Immer das selbe Pokemon Was sollten die sonst haben Damit die uns richtig schön Dankweilen Ja sogar aufs selbe Level wie eben Naja was soll's Ja Die Stadt hat sich noch nicht entwickelt Haha Loser Naja was soll's Geduld macht das Denk Ob das ich rein Kniep mache Okay Ja genau Ja genau Macht Coyote Das ist doch eine gute Idee Aus Abgezogen wie mein Angriff Das ist ja erschreckend Aber egal So Und tschüss Und tschüss Gut Biss Wollen wir das hier mal beenden Diesen schönen Angriff Husky Kassa Bang In your face Und tschüss Oh yeah Team Blasma haben wir wieder gebashed Nächste Blasma bitte dauert jetzt ein Malchen Aber okay Ist okay Ist okay Ja kommt Schaffst du euch Ist das langweilig Leute Ach Gott Ja Leute wartet mal Ich will kurz was überprüfen Warten mal Ich glaube ich habe auch eine Karte Ich will Könnten mal wissen wo ich auf der Karte bin Das hat einen bestimmten Grund Nein Das würde ich nicht benutzen Das hier Naja ich bin Ja ich bin hier Ja hier gibt es ja ganz bestimmtes Pokemon Was ich Wer fragen wollte Es gibt es an vielen Leuten Und an drei war ich schon Von denen Von der Auch der hier Aber es kam nie Und ich wäre jetzt nice Wenn es der hier wäre Wenn es jetzt hier auftauchen würde Das hier ist nämlich einer der Orte Wir haben tief gefunden Ich glaube das ist Raub Für M46 Ich glaube ein Pokemon habe ich gesehen Wenn es jetzt kommt Dann fange ich es natürlich Nein Das wie es hier Ganz normaler Scheiß Das will ich nicht Wie schade Das wäre cool gewesen Aber egal Was soll's Ich will gerade Ob ich sie doch vielleicht Noch mal versuche Das kommt Das wäre so krass Das werde ich sofort auf mein Team nehmen Sag mal Gut Nehmen sind 3-2 Mach ich noch Nein Das war halt klar Hier kann es ja nicht nur das hier geben Aber auf der B12 Wow Was viel will ich nicht Besonders Erwickelt sich ja Der Aufstieg im Sommer Und wir haben ja jetzt Herbst Dann müsste ich ja ewig warten Ne Okay Die weitere Entwicklung davon habe ich Im Black Die zweite Aber die letzte kriegt man nur durch Tausch Und damit ist das Nicht gut sich das Pokemon des Teams holen Na ja